Applaus 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 Ja, ja, nehmen wir uns den Fall ja mal vorgebracht, dass wir uns mal nur bestern und dagegen sind. TTIP, zum Beispiel, Programmbebauung, Mediaspray, diese ganzen Sachen. Wir können auch konstruktive Kompromisse machen, was dabei rauskommt, hören wir mal im nächsten Lied. Eins, zwei, drei, vier, DIT 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 Leise Punk, Leise Punk, für meine Kuppe zum Ordnungsamt Leise Punk, Leise Punk, für meine Kuppe zum Ordnungsamt Nein ich kann die Nachbar wirklich besser um die Ecke Sie sagt, wenn ich noch mal drauf bin, dann bringt sie mich zur Strecke DIT Ich sag, okay, alles klar, ich will ja gar nicht stören. Ich kann meinen Punkrock ja auch leise hören. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Jetzt hätt ich mir mein Päschen Tee und fang's auf die Poko an. Mein mittelfinger, handelt den Daumen, Karton geniert ab und dann. Macht's schliff, euer Tee in der anderen Hand, spackt lieber so ein Mist. Die Rose riecht jetzt nach der G-Link, wenn das nicht leise im Parkkopf ist. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Manchmal hör ich auch Death Metal, und zwar extra leise. Das macht dann richtig aggressiv, und zwar auf zweifache Art und Weise. Zum einen schon die Musik, so wütend, kaum zu fassen. Und dann auch noch so leise, ich komm aus Rasse. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk, für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk, leise Punk, leise types Vielen Dank.